Willkommen zurück zu Mount and Blight Ja, äh, keine Ahnung, was ich letztes Mal gemacht habe Jetzt ist schon ein bisschen länger her, aber naja Ja, gucken, was haben wir so schönes zu tun Zwei, den haben wir sehr weit runter gearbeitet Dann sind nur noch jene Burg, sonst haben sie nur noch Städte So, also, gucken Ich glaube, wir sollten uns vor allem ein bisschen vorbereiten So, rekrutiere, ja, einfach irgendwas rekrutieren Ich habe nicht einen gewünschen Wunsch an Leuten oder so, sondern einfach nur Den Wunsch, den Gegner zu vernichten So Dann Jetzt gehen wir die Gegner an, äh, die Leute noch, die wir angeheuert haben Das sind Nords So, Huskal, das ist gut Kommt noch nicht mal an, wie lange ich mache, aber Da ja Pokémon Äh, nicht Pokémon Ich meine Ähm Final Fender sehe ich leider nicht so gut funktioniert Muss ich jetzt halt ein bisschen Trotzdem irgendwie ein bisschen mischen, dass ihr trotzdem wieder Videos habt Naja Pokémon Pokémon Guck mal, weil ich weiterspiele Vielleicht heute noch ein bisschen Mal sehen Dann habe ich total Bock auf Mountain Blade So Tropen habe ich alles Ja Kann man die auch irgendwie heilen Ne, habe ich schon ausprobiert Okay So Nahrung habe ich noch Ach genau, ja Keine Ahnung, wer das geschrieben hat Ja, ich kaufe mir jetzt einen anderen Helm Ich glaube, das war derjenige, der auch alle meine Videos geguckt hat Ich habe keine Ahnung, wie du heißt Ich habe es versucht, mir deinen Namen zu merken Ich habe es versucht, hat nicht geklappt Aber der Wille war da Naja Guck jetzt mal nach einem schönen Helm Ich war auf den Platz Rüstungshändler Hm Dump Ja, denn Marktplatz Rüstungshändler Ich möchte einen Fürstlichen Ist das nein Weil Fürstlich ist das Beste, was es gibt Oh, wir werden angegriffen von irgendwelchen Banditen Erkennt man einfach daran, dass es lädt Äh Wir haben genau das Holz getroffen, oder? Äh Alle dort Ne, wir haben jetzt noch einer Hallo Tschüss Die Die sieht gut aus, die Stadt hier Achso, ich habe mich schon gewundert Marktplatz, Rüstungshändler Nee, nee, nee Wenn schon Wenn schon So einen Fürstlichen Helm Denn Fürstlich ist besser Ein Turnier Kein Bock Na No Man No Will Haben Hm 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 Ich möchte einen Helm haben Sieht irgendwie scheiße aus Hm 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 Mano Echt Hier Bitte Bestimmt macht das Spiel das gerade extra Hihihi 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 Alle Helme verhalten jetzt fast der Hihihi Hihihi Fürstlich Ah, ich möchte meinen Wappenrock trotzdem haben Wir haben jetzt wenigstens gute Schuhe gekauft, gute Fürstlichen Schuhe So jetzt verkauf ich dich einfach. So fertig. Ne den will ich nicht loswerden. Warenhändler, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Nahrungsmittel, Nahrungsmittel, ein bisschen Futter, ich hätte lange nichts mehr Gutes, so, verlassen, so, und ab in die Burg werden wir es schaffen, mal sehen, belagert die Burg, leid am Vorreiten, so sei es, ich weiß gar nicht, wie lange ich das schon aufnehme, ist mir eigentlich total schnuppe, weswegen ich die Uhr ja eigentlich nur habe, um zu gucken, wie lange, oder wie spät es ist, weil ich muss ja noch, ups, ich wollte mitkämpfen, es war irgendwie eben doof, und aus Versehen, Ja, bin ich nicht gut, ich schieße allen einmal vorbei, ach komm Ich werde mich nicht schiefen, weil ich mich nicht schiefen, weil ich nicht schiefen, dass ich mich nicht schiefen habe, Einfach nur zuschlagen Hm, war irgendwie langweilig Nur einer verurgefallen Oh, wir haben zwei Leitern, das ist cool Das ist, glaube ich, selten Da stehen alle meine Bogenschütze dahinten, was gut ist Oh, sind nur zwei Kriege, cool Dann kann ich mich teilenstellen und der taucht Oh, das ist auch noch ein paar Leute Die Wache ist Ich schicke meine Bogenschütze jetzt alle hier nach oben Heilig Gott Der hat den Speer, hm Ich weiß nicht, was ich schreibe, aber Wenn ihr Final Fantasy schaut, interessiert euch das trotzdem Und zwar werde ich mir bald ein Laptop holen Und dann von dort aus Final Fantasy 3 dann zocken Dann werde ich einfach, hm Von dort aus zocken und das auf mein Sechner abgleichern Mal gucken, ob ich das dann basteln werde Irgendwie mache ich gerade voll Bock hier so auf dem Battle Oh, das ist so hoch Ich habe mich getroffen jetzt Ich habe ihn nur im Kampf ein bisschen leider gemacht, weil ich jetzt noch ein bisschen mitarbeite Das wäre nicht so großartig, das ist ein bisschen besser Hm, knapp verfehlt Zwischen Schild und ihm gibt es was Keine Bulls mehr, keine Bulls mehr Die Bogenschützen stehen alle dort oben Nein, der